Hallo und herzlich Willkommen zu einem Kurzvideo des Volleyballverbandes Berlin e.V. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Eindringen in das gegnerische Feld über die Mittellinie. Schauen wir uns dazu ein paar Spielszenen an. Dosan, ein Pusht von Williams. Ansonov Tumbles. Oh, well, that's a shame. Smith, it wasn't who had the pipe attack. Bissner sends it right back out. Was schreibt das Volleyball-Regelwerk dazu? Eindringen unterhalb des Netzes. Die Berührung des gegnerischen Feldes mit einem Fuß oder beiden Füßen ist gestattet, wenn ein Teil des übertretenen Fußes sich auf der Mittellinie oder direkt über ihr befindet und diese Aktion das gegnerische Spiel nicht beeinflusst. Im Umkehrschluss bedeutet dies, Sobald ich das gegnerische Feld über die Mittellinie mit dem gesamten Fuß betrete, begehe ich einen Fehler. Ebenso begehe ich einen Fehler, wenn ich das Spielfeld des Gegners über die Mittellinie mit einem Teil meines Fußes betrete und das gegnerische Spiel beeinflusse. Einen solchen Fall haben wir in der ersten Spielszene gesehen. Darüber hinaus gilt, Das Berühren des gegnerischen Feldes jedem anderen Körperteil oberhalb der Füße ist erlaubt, sofern dadurch das Spiel des Gegners nicht beeinflusst wird. Mit welchem Schiedsrichteranzeigen wird der Fehler angezeigt? Auf die Mittellinie zeigen. Die Beurteilung und das Anzeigen dieses Fehlers liegt im Zuständigkeitsbereich des zweiten Schiedsrichters. Hier sehen wir ein Ausführungsbeispiel dazu. Schauen wir uns zum Abschluss noch einmal zwei der vorherigen Spielszenen an. Achtet auf die Handzeichen der Schiedsrichter. Damit ist dieses Kurzvideo beendet. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Anzeigen des Schiedsrichters Achtet Ausführungsbeispiel